...deutsch, äh, landen, äh. Ach, mit Exis, ne? Drohne zurückrufen. Machen wir mal weiter. Und Drohne reaktivieren. Ich muss extra landen dafür. Das war's, geht jetzt. Mal drück. Andere durch, 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 andere durch. Ah, wie perfekt es auch hält, ne? Dass wir ausgerechnet so perfekt durch können. Das ist total toll. Ja. Er regt sich über... Verfolgen Sie unseren Weg? Erschrocken. Bestätigt, Hunter. Sie kommen zu einem Abschnitt mit starker Feind präsent. Es gibt weitere Lüftungsschicht auf der anderen Seite. Das bringt Sie näher ans Ziel. Verstanden. Mein Sohn. Das freut mich für dich. Schnell ist schön gemütlich. Am 2. Und ich hab mal irgendwie Überblick über beide Games, obwohl ich... Obwohl ich das Ende-Game gar nicht kenne. Huch! Wir nehmen uns mit nach Florida. Urlaub machen? Da gibt es bestimmt auch einen Terrorgruppe. Das ist etwas wirklich schöneres Mal. Wer früher aufbricht, desto eher sind wir in Deckung. Ghost Leader, ihr müsst nur ja sichtbar sein. Danke. sucht deckung seid schnell und spielt nicht den helden klar die position das ist eine scheiß kontakt direkt voraus die zähle drei schützen und drei die vier kontakt feindlicher transporter sie haben den guten gefunden sie sind alarmiert wenn das jetzt schon wieder so eine scheiß aktion ist wie der letzten mal ne wo ich clever vorgehe und es nicht funktioniert und dann einfach nur rein rennen muss wie blöd ne dann fick dich scheiß spiel ohne witz jetzt wahrscheinlich wieder so dass es meistens sogar infiltrieren da steht aber ich soll nicht ich soll keine keinen aufsehen erregen sprich es sollen keine leichen gefunden werden es soll mich keiner bemerken ja könnte ungemütlich werden sucht deckung seid schnell und schlicht nicht den helden klar klar so sonst noch irgendwer mein und der meinung muss kackeln wir haben kontakt nein und da unten sind kommentare noch 1 2 3 und Nummer 4 gehört mir hier ist noch einer direkt voraus so leiche gefunden wir sind jetzt verarschen ich bin nur zu viert du dummes scheiß Vieh nee red ich jetzt noch nicht raus wieso ist eigentlich Kuro jetzt im schlafzimmer und du hier vorne ach ja stimmt das ist ja samstag ich weiß ich hab mal Skyrim angezeigt so ich hab mal jetzt einen Charakter gemacht so ein bisschen gespielt aber ich weiß nicht ich bin nur mit Skyrim ich bin nicht so ganz warm es sieht zwar schön aus aber die animationen generell finde ich einfach scheiße so so wir gehen jetzt einfach mal nach Plan vor und laufen mal hier hin ich glaube es hat mich über die Hüge geklärt ich glaube es hat mich über die Hüge geklärt noch ein Gegner genau vor uns ja was erwartet ihr jetzt von mir könnt ihr mir das bitte verraten da ist noch einer wo siehst du ihn rechts von uns wir entdecken dich gleich wir entdecken dich gleich 1,2,3,4,5 ach du scheiße 6 Gegner wir sind zu viert auf dem Dach kann ich keinen mehr erkennen auf dem Dach kann ich keinen mehr erkennen wir fliegen mal auf das Dach da rüber da kann ich auch keinen mehr erkennen praktisch wäre das wenn ich ich muss abwarten wir schauen zu dir pass auf verdammte kacke mann ich sowas hasse leute ohne Witz Shooter sind einfach einfach kacke von von äh 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 Kampagne her so wir haben 6 Gegner da hinten rumgammeln auf dem Weg vielleicht gehen wir mal anders weitig rum vielleicht was war das denn sehe einen feindlichen transporter da ist noch einer vor uns so hier sind sie schon zu zweit da sind drei weitere sind jetzt fünf da hinten ist der Wechsel das einzige was ich machen kann ist den da anvisieren den da anvisieren den da anvisieren den da anvisieren sag mal ok jetzt müssen wir abwarten jetzt müssen wir ein bisschen geduldig bleiben dann wenn sie wenn er gleich da lang läuft Brandgranate rein also die einzige Möglichkeit die ich jetzt so auf die Stelle sehe da ist natürlich die Frage ob er was das ist dass die oder die 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 sind das die 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 Was ist das für eine fucking Brandgranate, ey? Die steckt ja gar nichts in Brand. Eine Blendgranate vielleicht. Na los, kommt schon. Vier weitere Gegner. Auf der Seite gleich entdeckt. Alter, ich hab ihn doch jetzt getötet! Ey, Mann, es ist so unnötig. Ey, hier muss den ganzen... Ey. Hunter, Overlord, das Ziel ist eh zuerst des Zugfelds. Wo gehen wir lang? Da ist eine Reihe unterirdischer Belüftungsschächte. Dadurch sollten Sie sich dem Ziel ungemerkt nähern können. Ich markiere Sie. Verstanden? Leichter Feindkontakt. 12 Uhr. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und die Brandgranate bringt mal gar nichts. Und hier oben müssten wir als erstes eigentlich ausschalten. Das heißt, kann man hinten rum... Nein, wir können hinten rum nicht langen. Wir müssen ja auch gar nicht töten, so wie es aussieht. Das war knapp. Ich geh jetzt einfach hier lang und interessier mich erstmal weitgehend gar nicht für die. So, und runter zurück. Ich lass die einfach mal die sein. Schnauze! So, das Problem ist, ich muss ziemlich nahe daran langlaufen. Meinst du, ich kann? Ziel erledigt. Unterwegs. Zwei markiert. Markiere Ziel 3. Sag los. Bereit. Markiere Ziel 3. Das sind vier Ziele. Na komm schon. Negativ, Sir. Bin bereit. Markiere Nummer 4. Wo ist Nummer 2? Ziel 4. Auf dein Zeichen. Das ist ja gerade in Deckung. Auf dein Signal. Feuer frei. Weiß und schwarz haben aber wohl einen Tod gefunden. Das funktioniert, Alter. Ich werd irre. Okay. Schnell genug getötet, ey. Was fiebt denn hier die ganze Zeit? Kontakt. Die Frage ist nur, wie viele. Einer, zwei, drei, drei, vier, fünf. Was wär's denn da oben? Da ist noch einer. Direkte Handfrankcontainer. Entdeckt? Wieso entdeckt? Wir waren zu laut. Wir waren zu laut. Was läuft ja auch einfach vor, ihr Vollidioten. Wieso waren wir zu laut? Oh man, diese logische Scheiß-Ego-Shootern, ey. Warum spawne ich mitten bei Gegnern? Arschlecken jetzt. Wo sind noch welche? Nur noch drei Stück, du Affe. Ich sehe einen Schatzschiff. Der Waffe muss nachlaufen. Wir haben einen Tieren missbefunden. Ich hab... Ich sag dazu nichts mehr. Ich tüte die alle rechtzeitig, aber es reicht nicht. Da. Goddammit. Goddammit. Ich hab ne Idee, was ich jetzt mache. Da. graduate... Ich bin jetzt...